und willkommen mein name ist an die oip und ich bin bitte mario master und das in unseren nachbarn ja die uns einfach mal umstellt haben ja da kommen wir nicht mehr raus naja ich habe meine axt mit stoff versehen das heißt ich kann den stoff anzünden sehr schön ich denke eine brennende axt ja wie muss man da jetzt in der situation wieder rauskommen ist ja nicht schon mal gemacht hat es auch nicht so gebracht mit münzen was herstellen sprengstoff also warten er muss auf die rückseite des flugzeugs oder so ja auch ich glaube ich habe einen getötet noch mehr ja ich sterbe weil ich ja ruhig bin wir sind so ein bisschen verwirrt weil es nichts machen soll ja wir haben will ich gar keine idee was zu tun können ich habe noch nie bei google nachgeguckt und wie weil ich nicht so sehr wie nicht nur ich habe auch keine federn mehr damit meine verschwinden machen kann mein gott ja wie weg ich könnte ich könnte die keule jetzt anzünden okay hast du in das so was die axt angezündet das soll ich vielleicht auch mal tun ich will ja weg das stimmt nicht ich glaube ich mal vielleicht sehen nämlich nicht wenn ich sehen wir uns im dunkeln auch ich muss keine ahnung herumlaufen also im moment höre ich gerade gar nichts ich höre nichts von dem von denen ich denke wir sollten mal die chance nutzen und uns umsehen vielleicht schaffen wir es ja zu unserer basis zurückzukommen zum übernachten wir haben keine stöcke ja ich bin da mal arbeiten aber das ding vielleicht nur die nacht überspringen damit macht kein licht an oder so schlecht ich tue mich hier gedruckte die ganze zeit bewegen und sehen wir uns nicht noch sechs stücke ich glaube wir ja durch die ganze zeit die ganze zeit sind eher ich habe gesehen und der stock die wissen ich dafür sind wo stehst du ich bin in der nähe ich mach mal nicht lieber nicht an aber ich habe ich habe aber keine ich habe nichts mehr zu essen weil mein magen fühlt sich nämlich schon wo es mit blut das ist ja dann stirbt man tut es ja wieder wir können speichern ob ich glaube wir können es geben los kommen ich habe gegner oder speichern ich sehe nichts also schlafen ja ich kann schlafen aber wir können sowieso jetzt nicht schlafen versuch mal die ganze zeit willst du eigentlich du musst in meiner nähe sein ach so ich bin gedruckt hier die ganze zeit ich bin direkt vorm lager wir haben es überlebt wir haben wir das geschafft aber das lager ist kaputt gegangen okay ist auch noch ein provisorisches also das sei ja so ist das würde ich halten okay ich habe du hast du dich habe und beim magen fühlt sich weiter in rot das ist gar nicht gar nicht mal so gut dann baue ich hier aber in der hütte also ich gehe mal eben ans wasser vielleicht bin ich da ja irgendwie schickröten ich will aber nicht so schief bauen man was soll es heißt nicht wieder paumstimme ja ich versuche mal zu kommen aber viel spaß ich habe mich schon mal hier in gesiedelte und zwar zu essen maus ich habe noch genug ich kann dir aber ja nicht so gut ich will jetzt mal ein bisschen versorgt ich habe vielleicht die basis erreicht sehr gut aber willst du ja noch das mitnehmen was noch zu retten ist ich weiß erst mal ich fange mein neues leben jetzt hier an ich war uns eine blockhütte ohne nur eine das war ein bisschen englern aber was soll es nicht mehr so viel wie alles gegessen die säcke die schweine haben uns ausgeraubt ich habe ein neues tier entdeckt fünf minuten mal ohne angegriffen zu werden ja jetzt mal im ernst aber ich habe einen hasen gefunden kann man uns den hausen eine blockhütte bauen ich bin aber ein flugzeug ich tue mich keine fünf meter mehr weg entfernen das ist die artstrategie keine fünf meter von der base entfernen dann sind wir sicher mal schon mal die ganzen wir sind unordentlich hier mit den ganzen koffern und so war aber trotzdem machen so ich habe es auch irgendwie ich bin es auch endlich wieder an dem wo ich auch wieder was machen kann aber bei mir auch nächstes mal wenn man so überrannt werden würde ich einfach sagen wir rennen irgendwie zum schiff oder so das ist auch ein bett drin das schiff ist da unten ich werde mir hier meine brüde hinsetzen noch eine ich will aber auch eine wenn schon denn schon mich im wasser so habe ich noch eine schildkröte doch habe ich was da sondern da steht sehr gut trocken gestellt und damit jetzt alles so schief das stört mich ein bisschen ja das wird bei mir auch richtig schief stehen dass du mir auch jetzt stören so ein lagerfeuer da sind sogar das wäre so da sind sie noch vier leute auf zum flugzeug ich habe keine ausdauer mehr alter hat eine menge vogel wie soll man aus dieser situation wieder rauskomme ich verstehe nicht verstehe es auch nicht nicht liebe machen machen von der vor ist ich glaube entgeben nicht endgames night hießen die bitte patch das mal schon ein paar jahre raus ja trotzdem bitte patch das mal dankeschön wir wollen es hier wirklich beschweren ich habe noch gar keinen hunger ich habe noch und ich habe erst halb leeren magen ich lebe ich lebe ja das könnte mit euch auch passieren ja so traurig denn ich kann keine künfe vertragen weil da jetzt nicht unter wenn du da runterfällst dann bist du getötet na Oh You can do it Oh Ist aber nur noch einer hier Ah da Da ist doch einer Ah natürlich Natürlich Sie kommen auch immer nur in Gruppen Ah der ist tot Den hab ich Ja Hau bloß ab Sonst passiert das auch Ich warn euch Hilfe Hast ihn einfach da rein geworfen Ja natürlich Hör einfach aus nicht so Ja das mach ich jetzt einfach mal so ne Wie geht's jetzt weiter Ja wie machen wir weiter Erstmal esse ich den Arm Ekelig Das ist meine Hütte Das ist die Hütte vom Master Das ist meine Hütte Das ist die Hütte vom Master Hier sind noch ein paar Baumstimme Oh nein Vorsicht Oh Gott Ich glaub schon vom Baum erschlagen Der Baum ist auf mich drauf gefallen Das tut mir leid Ja 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 Hau bloß ab ey Oh Gott Oh Gott Ich hab fast gar kein Api Ich hab schon alles schwarz-weiß Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Hör auf und zu überrennen Ja Das ist ja schlimm Es sei ja noch schlimmer als arbeiten Prost Verzweiflung Erliederung Wut Trauer Verzweiflung Erliederung Ich fühle mich gerade wie Tatius Fühlt sich auch gerade so Ja Ich fliege einfach eine Mülle durch mein Haus ey Ach hier unten liegen noch Baumstämme ey Das habe ich gleich mal ein Aber ich muss mich erst mal waschen ey Weil sonst kriege ich glaube ich Infektionen Ich glaube dann kriege ich äh krankheiten und dann kriege ich noch Schaden Oh Ja auch okay Mein Kammerdippel Ich glaube ich brauche jetzt auch zwei Baumstämme damit ich meine Doch Hütchen fertig machen kann Ich lenne das Hütchen Da sind zwei Baumstämme am Boden Ja ja habe ich auch gerade gesehen aber ich musste mich erst waschen weil ich wollte keine Krankheiten haben Ey es ist fertig cool Das wollte ich jetzt gar nicht noch heute eine Farbe wählen Ich nicht den Topf auffüllen Ah ja Topf auffüllen Wir haben hier kein Wasserspender Ich habe angebaut Ach doch Ach doch Ach doch Ach doch Ach 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 Habe ich auch gemerkt Hast du gerade eine Schildkrütte abgemuckst? Nö Möwe Ach geil Ach gut Soll ich den Kopf Yeah Also so Möwenkopf zu haben ist echt immer eine feine Sache Ach 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 Hoffnung Warum fühle ich das mehrwasser nicht mitnehmen Where Ja ossa Ja Da bin ich auch versuch ich verstehe und ich weiß lite warte Moment, Schildkröte! Chili! Nein! Mr. Turtles! Turtles! I like Turtles! Das ist doch eine... Hello, mein Turtles! Ich habe einen Schildkrötenkopf. Und das ist noch eine Schildkröte. Muss ich auch leider töten. Ja! Oh! Ich brauche meinen eigentlich noch hier, ey. Baumbock, Alpines Baumhaus. Alpines Baumhaus? Ich... Ja genau, das wollte ich mal. Ich wollte mir ein Baumhaus bauen, ey. Ja, mach, mach. Ich versuch's mal. Äh, Moment, wo haben wir's? Blockete, Unterkünfte, Essen, Lagerung... ...eine Band, eigenes Dach, Pavillon, Fels... ...Felsband mit Lügenbaumhaus. So, ich weiß nicht, wo ich da dran sitzen kann. Dann beziehungsweise wie ich da dran sitzen kann, das weiß ich einfach gar nicht. Weil ich sehe auch keinen Punkt, wo ich das befestigen kann. Ah! Bist du noch da? Ne, ich bin noch da, ja. Ja, gut. Ich hab nichts mehr von dir gehört, ich hab mir saugen gemacht. Ja, ich bin gar nicht am Bauen und... Ich baue jetzt, äh, besuche einen Baumhaus zu bauen. Und also wenn du da einen Baum siehst und wo was dran ist, bitte den Baum nicht fällen. Und es tut mir leid, dass ich die voll mit einem Baum schlagen habe. Kann passieren. Ja, passiert. Wenn du im Leben kämpft, ey. Ja, ich meine, wir kämpfen wirklich wortwörtlich um unser Leben, ey. So. Guck mal, du gleich zu meinem Plan hier sagst. Was? Was hast du denn vor? Was hast du da hingesetzt? Eine Mauer? Eine Felswand. Wofür? Du musst so beschützen? Die können da doch bestimmt einfach drüber springen. Vor allem... Wie viele Steine brauchen wir? 1.100? 1.100? 1.100? 1.100? Ne, bist du wahnsinnig? Da sind wir ja jahre mit beschäftigt. Müssen wir noch irgendwas machen hier. Wer ist schon beschäftigt, mein Baumhaus zu machen? Genau, dauernd hier Stücke und Steine. Ich brauche für mein Baumhaus Baumstämme. Ich habe glaub ich irgendwas ungesundes gegessen. Das ist schon der nächste wieder. Noch ein Gegner? Ja. Ach man, da kann doch nicht wahr sein. Oh. 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 Ich fühl mich voll ins Koma fressen. Jetzt sag ich, du bist gestorben. Nein. Da kommt der Baumhaus hin. Okay. Ja. Also bitte den Baum nicht fällen. Dankeschön. Ah, ich habe mir Möwe erlebt. Aus der Luft. Yeah. Ja. Also Möwe, die ich auch aus der Luft töte, das sind meine Lieblingsmöwen. Da bist du. Ich habe dich. Das ist nur Baumstämme. Ja, Baumstämme. Noch ein Vogel aus der Luft erledigt. eine steine aus weiß was zu tun ist ja wenn keine steine in unserem lager sind noch steine weil sich renner erzählen bei peter auf ewig auf ewig auf ewig auf ewig eine ewigkeit später dieser mauer wir uns beschützen wenn die ein bisschen niedrig ist und man sich nicht irgendwie übersetzen sind die ja und sonst ich bin ich den auf sammeln ich will dich auf sammeln der typ den spaß war mal darunter fällt natürlich mal unter ihr wie ziehen dass du keine zeit schon auf niedrigen ap baumfeld machten denn auf 1077 die betonung liegt auch nur noch ich habe mich reingekriegt ich habe mich schwarz und weiß gegessen so den habe ich runter geworfen der kommt nicht wieder nichts spiel eingecremte da kann man schlafen gehen schlafen gehen war bestimmt noch nicht ich kann kein stück im 1 aber ich kann noch nicht schlafen gehen ich speichern mal eben gespeichert so schlafen gehen ist noch nicht kann ich auch noch nicht diese mauer wird uns beschützen nein auch genau das ist der plan da kann ich irgendwann ein stück machen kann ganz ja nichts bauen kann stopp ich kann stockbaum um unseren felswand bauen das kenne ich den mittelstücker machen ich könnte mit fällen machen nur ein knochenkorb und ein brüstungsgestell war ein fall kommt ich habe keine ahnung glaube ich brauche mal erst mal so ein wasser sammler vor die hütze ehrlich ich glaube dass wir schlafen gehen natürlich nicht ich glaube ich bin machen wir wollen schlafen auch kann schlafen kannst auch schlafen ja ja ich lebe noch wie viele minuten haben wir überhaupt noch weil ich gar nicht drauf geachtet ich würde mal sagen dass wir uns jetzt noch mal eben was zu essen machen und dann den koffer hier ich hoffe der response die ganze zeit stohl darunter gespissen so wie alles andere ja ich habe ich habe schon gesehen heute gibt es ein bein zum frühstück alkohol trinken noch nicht völlig noch nicht ganz muss erst mal bein kochen muss man essen abhunger ganz schlimm ist einfach eine kräuter ich 1038 weil ich habe noch ein stein das ist mein gesamter party ja stein sammeln und wir die bären essen mich ins koma fallen nicht einfach ja aber eigentlich müsstest du es wieder voller gesundheit haben ich habe mich vergessen also ich meine jetzt ein gesundheit nicht einfach nicht erwarten weil wenn wenn die energie aus muss dann wird die energie aufgefüllt ist noch alles niedrig ich habe so eine weste an wie dieser eine typ aus hermann wieder hämmert habe ich nie gesehen tatsächlich hat immer so eine karierte weste angehabt ja genau aber das weiß ich weiß ich weiß ich habe mal ganz kurz reingeschaut aber aber gesehen habe ich die sendung halt wirklich nie habe ich nie interessiert unsere basis weil darunter man es wird zurück wo komme ich mir jetzt noch mein baum auswärtig machen aber ich glaube ich nicht weiß nicht moment ich brauche noch ich brauche noch 7 ja gut ich würde sagen wir hätten wir jetzt mal den part ja oder sehen wir im nächsten part hat wie es weitergeht das wird auch der letzte paar hast du sein für diese session und dann geht es nächste woche wieder weiter ja also denn die was doch irgendwelche abschließenden worte nein gut dann bis zum nächsten mal tschau 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 tsch